Jey! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Das ist aber jetzt echt ärgerlich. Da fehlt uns tatsächlich nur ein Ink-Jack und eine Feder, dann hätten wir den Table. Ja, dann finden wir dieses Mal. Jetzt mal. Diesmal. 3, 2, 1. Ich bin ein kleiner Heinz. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Krypton, die mittlerweile 6. Folge. Wir sind immer noch dabei, den Balkon und den Enchantment Table fertig zu bauen. Hast du jetzt aufgepasst, danke. Und wir schalten gerade an Tinte und Hühnern. So wie ich. Ich hab's verstanden. Ähm, was? Und was? Hühnern. Ach, Hühnern. Ach so. Ich hab's schon verstanden. An Tinte und Müttern. Ja. Lustig. Ähm. Ja, ich find das lustig. Ja, ich find das lustig. Ja, ja, mhm. Ja, ja. Oh, oh. Fast, fast gefailt, ey. Fast gefailt. I like. I like very much. I like very much. Ah, da kann man sich vielleicht irgendwie craften. Natürlich nicht. Das ist ja lame. Ach, ich will. Warum hat denn niemand Tintenbeutel, ey? Warum gibt es keine Tintenfische hier? Hast du schon, äh, den geholt? Was geholt? Äh, Holz. Oh, ja. Oh, ja. Ja, das, das setzt sich dann jetzt mal, ja. Gut. Ich bin nämlich mit dem Stein praktisch fertig. Okay. Es fehlt nur noch Energie. Aber das ist praktisch. Ja, das setzt er sich automatisch dann nach unten dann. manchmal. So. Hey, kann der Oma setzen jetzt hier? Was soll denn die Scheiße, ey? So, gleich bin ich fertig. Gleich, ja. Gleich bin ich da, ja. Da fehlt noch eins. Boah, ich glaube, ich brauche irgendwie so ein, so ein Drei-Liter-Glas. Drei-Liter-Glas über drei, bald. Ja, das 0,5-Glas, äh, 0,5-Glas ist jetzt schon wieder leer. Ich habe drei, Holz ist zu wenig. Ich hab noch. Nein, ich hab die verarbeitet, Scheiße. Weißt du was, wir klauen einfach bei der Brücke. Die... Verstehe ich nicht, warum wir hier nicht ein paar Setzlinge setzen? Ja, dann setz halt welche. Ja, du... Hab ich doch eben schon gesagt. Ich dachte, du willst das nicht. Seit wann hältst du dich da dran, wenn ich etwas nicht möchte? Okay. Jetzt halt eben wir hier zusammenspielen. Okay. Ja, ich kann nicht lügen, ich weiß. Einmal. Zweimal. Wir haben aber auch hier überall echt immer und immer wieder nur die gleiche. Jetzt geht sich einsatzlängig aus, ne? Leck mich doch. So, du musst bitte abbauen. Ja, guck mal. Überall haben wir hier... Wüste. Und, äh, dieses Komische da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Tundra, oder was? Hey, das ist doch keine Tundra. Weiß ich doch nicht. Savanne. Savanne. Tundra war doch mit Eis und so und Schnee. Echt? Okay, dann hab ich das vergessen. Ja. Hat da mal wieder keine Ahnung, der Typ, ey. Ding Dong. Oh, da fällt... Oh. Hupsela. Ich muss mal ganz kurz an die Tür. Es hat geklingelt. Bin gleich wieder da. Ernsthaft? Ja. Warum nicht? Weil es halb elf ist. Ja, mein Vater kommt nach Hause. Ach so. Tam, tatam, tatam, tatam. Komm, dann holzen wir jetzt die Scheiße hier selbst ab. Machen wir jetzt schnell. Einmal auch. Da haben wir Cobblestone. Da. Eine Axt. Juhupe du. Upsa. So. Einmal eine Axt. Bitte. Danke. Komm, dann holzen wir gleich den Großen ab. Tick, 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 Tick. Na. So. Jetzt aber dann. Yeah. Es regnet Holz. Yeah. Gut. Das schnell ersetzen und das schnell ersetzen. Dann da hochklettern. Und. Wo haben wir jetzt das Holz? Ah, da. Ich dachte schon, bin ich das behindert. Zwei. Drei. So. Und weg mit der Erde. Ich höre, es ist anscheinend eine sehr interessante Folge gerade. Ja. Ja, ich habe bis vor knapp 10 Sekunden habe ich auch noch gelabert. Ja? Okay. Dann ist ja alles gut. Ich habe sogar drei Cobblestone dafür verwendet. Fürs Labern. Fürs Labern? Ja. Okay. Weil ich meine Axt gebraucht habe. Ich finde das echt nervig, dass hier die Sachen über den ersten Slot drüber gehen, die da stehen links. Ist das bei dir auch? Nein. Oh. Ich habe aber auch die GUI-Skill nicht auf groß oder was soll man sagen, auf normal. Äh, okay. Du hast keine volle Rüstung an, oder? Nein. Ja, bei mir sind nämlich da diese Rüstungsteile links davon. Dann ist der Block, den ich gerade in der Hand habe, ist über dem drüber. Ja. Ja, bei mir würde sich das gar nicht ausgehen. Also da ist viel zu viel Platz zwischen mittlerem Ding und... Okay. Oh, es regnet. Kann man schlafen gehen? Nein. Ich bin schon am Schlafen. Achso. Ja, ich gehe auch mal. Zwischendurch einfach mal wieder. So. Äh, ich brauche... Hast du noch eine Schaufel oder willst du das selber wegmachen? Oder hast du schon? Ne, ich habe keine Schaufel. Habe ich schon weggemacht, ja. Fällt dir aber früh auf. So. Sogar noch bevor ich weggegangen bin. Ja, okay. Achso. Gut, dann habe ich gerade rechts gemacht und mir ist es nicht aufgefallen. Hier fehlt übrigens noch eine Slap. Lol. Lol. So, dann werde ich mir auch erstmal hier mal die GUI verstellen. Aber dann stellt man die dann ein. GUI ist geil. Ja, schon klar. Da, automatisch habe ich... Ja, klein, genau. Okay, dann muss ich die einfach nur auf groß machen. Dann passt es. Du hast die auf groß? Wunderful. Hm? Okay. Die schaut denn groß aus. Kleiner als automatisch jedenfalls. Pfff. Pfff. Okay, so könnte ich nicht spielen. Was? Wieso? Ist das zu klein? Das wäre mir zu groß. Zu groß? Ja. Das wäre mir viel zu nah dran. Ich spiele mir auf Normal. Was hast du für ein Bildschirm? Wie groß? Äh, 27 Zoll. Wie kannst du das so groß finden? Alter, das ist ja viel zu winzig für mich. Na, ich könnte es nicht aushalten. Ich würde mir die ganze Zeit... Das wäre mir total unangenehm, wenn die ganze Zeit das direkt vor meiner Fresse bicken würde. Okay. Wenn du meinst. Nein, ich habe da immer... Ich kriege da immer Abspackungen, wenn das... Weil das ja standardmäßig auch so eingestellt ist. Hm. Also halt Auto. Genau richtig, also. Für mich jedenfalls. Aber ich könnte das nicht... Ich würde das nicht... Das würde ich nicht drüber bringen. Das ist echt unfassbar. Im gesamten Ozean ist kein einziges von dieses Missstücken. Ach ja, gute Deutsch. Ich wissen. Kommt man nicht irgendwie sonst an Ink? Gar nicht. Wie cool, ich habe ein Goldfichei. Okay. Das hört sich auch gar nicht falsch an. Da ist ein Hai! Sonst schreibst du halt schnell den Tarog an, ob er hinten zicke hat. Hat er nicht, habe ich schon geguckt. So. Ich mache jetzt den... Kampf gegen den... Ach, das ist nur ein Medium Fisch. Boah, ein Medium Fisch, Alter. Voll der Low Bob, ey. Ja, Mann. So. Ja, da droppt er nur einen Fisch, ey. Voll unlogisch, ey. Ja, warum nicht gleich vier? Ja, echt mal. So, komm wieder zurück. Wieso? Wir müssen jetzt die Raumeinteilung machen. Ich bin aber gerade weg. Ich will gerade hier Inksecs suchen. Alter, wo bist du denn? Ja, weg. Da ist noch so ein Scheiß Fisch. Ja, du könntest dir auch ein Hühnchen holen gehen, dann machen wir die Raumeinteilung danach. Ja, wenn du mir sagst, wo es Hühnchen gibt, oder wenn du eine Idee hast, wo es... Äh, da wo wir eben waren, in der Wüste, da habe ich ein Hühnchen gesehen. Da, wo wir dann fertig waren. Kann man das irgendwie einfangen? Hast du zufälligerweise das... Das lassen mit? Die Leine? Äh, ne, aber hier sind noch vier, äh... Vier Slime... Slime Balls. Äh, in der Kiste. Okay, haben wir noch genug Ding? Ja, gut. Das sind Delfine. Weißt du, alles an Fischen kommt hier, ja? Aber keine, äh, Tintfische, die sonst überall sind. Oh Gott. Habe ich die jetzt eh richtig? Ja, das müsste eigentlich schon richtig sein. Ja, weißt du, Kühe finde ich jetzt. Dann nehmen sie mit. Ich brauche jetzt keine Kühe mehr. Nehmen sie aber trotzdem mit. Ich habe aber keinen Lasso mit. Mach mal. Aber ich habe mir hier ja eh schon Waypoint gesetzt, bei diesen Kühen hier. Also Kühe brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, aber später. Ja, aber ich habe ja jetzt nichts zu mitnehmen. Die können uns ja dann später holen, wenn wir sie brauchen. Ja, du brauchst nicht viel auszücken, ey. Und ich habe schon wieder kein Schwert mehr. Da, wo wir eben waren. Da hast du nämlich gesehen? Jo. Da, wo wir uns dann dann zu entschlossen haben, zurückzugehen. Oh, da ist Kohle. Aber auch Obsidian und Lava. Aber auch Kohle. Ja, nimm die Kohle mal mit. Okay, wenn ich jetzt verrecke, bist du schuld. Was ist das dann? Alter, das sieht ja voll creepy aus, das Vieh. Gut, Kohle habe ich. Was ist das? Ist das ein Ent? Tatsache. Wie geil ist das denn? Alter, wie cool der aussieht. Autsch. Ist der friedlich? Ja. Alter, der sieht ja mal mega geil aus. Alter, was war das? Hast du schon ein Hühnchen gefunden? Nein. Ich habe es doch nicht. Kühe ohne Ende, ey. Ähm. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt zur richtigen Stelle bin, aber hier ist jedenfalls kein Huhn. Okay. Moment. Ah, ne, ist Sand. Was ist das denn hier? Salzblock? Oh, ein Creeper. Oh, wir nehmen schon wieder 15 Minuten auf, ey. Puh. 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 Verdammt, ich habe keine Spitzhacke dabei. Da ist eine Aura-Node. Hm. Alter, ich sehe nichts unter Wasser, das ist unfassbar. Ähm. Hier werden mir doch ganz viele Mobs angezeigt auf der Karte. Brauchen wir Bambus? Ah, ich habe das gefunden, wo wir zurückgegangen sind. Was hast du? Wo wir zurückgegangen sind, habe ich das gefunden. Okay. Ist denn da noch ein Hühnchen? Äh. Nein. Das schaut nichts aus. Uh, jetzt wird es aber ganz schön frisch hier. Ich glaube, ich muss dann gleich das Fenster zu machen. Ähm. Ja, ich gehe dann mal zurück zur Stadt. Es gibt da hinten nämlich noch ein anderes Biom. Da hoffe ich mal, dass da Viecher sind. Ähm. Für die Gnomes. Für die Gnomes. Ich glaube, man füttert den mit Fischen, wenn man die Zähnen will, wa? Ey, das ist voll die gute Idee. Dankeschön. Gerne. Oh, ich habe eine Ziege gefunden. Ja, choose your pets name. Ähm. Wie nenne ich denn den? Wir haben einen Vogel gefunden. Ich nenne ihn jetzt Flippo. So, ich habe jetzt... Ich glaube, du hast einen Papagei gesehen oder was auch immer das war. Papagei? Nein, ich bin nur hundertprozentig sicher, dass ich ein Hühnchen gesehen habe. Hier ist nämlich ein weißer Vogel. Okay. Bleib stehen. Bleib stehen, du Kackvogel. Warum wuckelt das, wenn ich auf dem Vieh sitze? So. Wir haben jetzt zwei... Aber was war das da hinten? Oh, ich habe eine Pyramide gefunden. Ja? Ist da wenigstens was drin? Ähm. Weiß ich noch nicht. Muss ich nachschauen. Also jedenfalls auf der Karte sieht so aus. Wie eine Pyramide. Ja. Ist auch eine. Okay. Oh, sieht dunkel. Oh, oh. Kannst du mal eben pendeln, wenn du daheim bist. Ich bin 250 Meter noch weg. Oh. Äh. Kohle. Warum ruckelt das eigentlich, wenn ich auf dem Dolphin sitze? Ja. Gut, dann bauen wir jetzt noch schnell die Kohle ab. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann in die Pyramide. Ja. Ja. Gut. Ähm. Ja. Wie weit bist du weg? Äh. Äh. 180 Blöcke. Okay. Alter, was ist denn das eigentlich? Also das ist tatsächlich eine Ziege. Gut. Ja, wir sagen. Mit dem wunderschönen Blick auf die wunderschöne, tolle Pyramide sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Lass deine Bewertung da. Oder einen Kommentar. Oder beides. Wir lesen alles. Wir riechen alles. Wir schmecken alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.